Lohnt sich die Showdown-Karte von Sangare? Ich habe ihn abgeschlossen, gespielt und das ist meine Meinung. Mit Sangare kriegen wir einen Premier League reinen 6er, der ein gutes Upgrade bekommen hat. Nicht nur, dass er 16 Pace dazu bekommen hat, nein, auch 5 Defensive und 2 Physis. Mit Anker hat er sozusagen 92 Def und 93 Physis, so wie ein 680er Tempo wert. Dazu kommt der Playstyle plus Block und der Preis liegt ungefähr bei knapp 116k. All in all muss ich sagen, die 116k finde ich einen Ticken zu hoch, dadurch, dass er aber in der Premier League spielt, hat er halt den extra Preis bekommen. Aber ihr kriegt das, was ein 6er machen soll. Medium High Work Rates, ein absoluter Abräumer, Physis Defensiv, unglaublich stark. Er hat ein wirklich solides Passspiel, ob hoch, kurz oder auch durch die Gassen. Seine Pässe kommen wirklich, wirklich sauber. Und er ist mit Anker Langfi, das bedeutet, du merkst definitiv, dass er ein richtig, richtig sattes Tempo oder beziehungsweise ein Tempo-Schub bekommt. Worauf ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist natürlich die Agility. Der Mann ist 1,91 groß, da wird es nicht einfach, sich mal schnell und wendig zu drehen. Es ist halt kein Joshua Kimmich, aber es fühlt sich okay an. Wenn er bei euch ins Team passt, nehmt ihn gerne mit. Vielen Dank.